Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge LS15. Ich merke gerade, es leckt ein wenig. Aber ist egal. Lass mal einen Timer an. Ich weiß nicht, ob es viel zu laut ist, aber... Egal. Ich habe richtig lange nicht mehr gespielt. Aber ich habe schon mal alle Helfer wieder aktiviert und werde jetzt erst mal den Drescher leer machen. Wir wollten ja, glaube ich, Schweinezucht. Ja, da habe ich mal privat gespielt und habe herausgefunden, je mehr Schweine... im Stall sind, desto mehr Futter kann da auch rein. Weil die Futtermenge reicht... für die Menge an Tieren, die da drin ist. So sechs Tage. Lass mal den leeren hier. So, der ist auch leer. Kühe werden wir auch noch irgendwann mal haben. Aber es kommt alles nach und nach. So, der fährt jetzt auch weiter. So. Ach, wie so leckt das. Das nervt. So. Geht weiter. Ich nehme jetzt auch erst mal nur ein Part auf. Den muss ich dann gleich rendern. Weil der muss heute noch hoch bleiben. Ich bin ein bisschen Prüfungsstress, aber morgen habe ich theoretische Prüfung. Abschlussprüfung und nächste Woche noch praktisch. Deshalb. Ich nehme mir aber die Zeit, aufzunehmen und alles rechtzeitig hochzuladen. Der Drescher ist auch schon gleich wieder voll. Und. Habe ich das schon für Kartoffeln wollten wir machen, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich verwechsel gerade. Ich privat spielen mit dem Let's Play hier. Auf jeden Fall wollte ich als Erdfrüchte. für die Tiere Kartoffeln nehmen. Da sind die Maschinen günstiger. Bei den kann ich auch gleich wegfahren. Könnte ich auch gleich mal gucken, ob ich schon was gekauft habe. Kann ich ja mit dem machen. Grubber und Säme... äh... Dingsmaschine... Steht da... Ach... Vergiss es. Ne, noch nichts. Ich könnte ja mal unten beim Verkaufsstand mal gucken. Ob da schon was steht. Ich glaub' er nicht. Ich glaub' er nicht. Erstmal gucken... Lager sind noch voll... Doch... Habe ich schon gekauft. Habe ich schon gekauft. Aber nur... Saatmaschinen und den... Häcksler. Der Pflücker... der die Früchte aus dem Boden holt. Der fehlt noch. Der fehlt noch. Und privat habe ich das schon. Da bin ich so auf dem gleichen Stand so fast. Boah, es ist kalt hier. Ich bin grad nach Hause gekommen. Was... äh... Seh' ich denn hier an? Gerste, genau. Da unten kommt dann... Was ich grad ernte. Wird dann... äh... Kartoffeln angebaut. Ich glaub' ich hab' nur die zwei, ne? Ach nee. Hm. Vielleicht 22 für Kartoffeln. Wenn ich da nicht schon Gras angesät habe. Hm. Mal gucken. Wie viel kostet denn das? Teil. Äh, äh... Kartoffelernte. 100... ... ... ... ... ... ... ... Genau, hier die waren günstige, glaube ich. Na, nehmen sich nicht viel. So, der muss gleich wieder zurück. Ich lasse mit Absicht das Lager voll. Weil wir zwar so einen Puffer für die Tiere haben. Fahr schneller. Schaff ich nicht, schaff ich nicht, schaff ich nicht. Wollte ich an die auch nochmal gucken. Wie der Futterstand bei denen so aussieht. Ich weiß nicht, boah, das ist so kacke, ne? Wenn man lange nicht mehr spielt, da weiß man nichts mehr. Und ich habe auch ausprobiert, im Privatstand, das Heu, was ich da ins Lager packe, das kann ich auch wieder hier in diesen Heu-Sammelwagen reinfließen lassen, mit diesen Förderbändern. Das ist dann ganz schön. Da ich sehe auch gerade, dass der Part vorbei ist. Deshalb guckt doch einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist ein Sendeplan. Twitter und Facebook ist auch verlegen. Lassen ein Abo da. Ist ja kostenlos, ne? Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ja, morgen, ne? Bis denn, tschüss.